Wie erreichen wir eigentlich unsere Klimaziele? Wie sichern wir die Bewegungsfreiheit für immer mehr Menschen? Wie bleiben wir auch in Zukunft Exportweltmeister? Und wie sorgen wir für mehr Zusammenhalt und Vernetzung in Europa? Die Antwort liegt näher als man denkt. Man muss nur die Perspektive wechseln. Deutschland braucht eine starke Schiene. Nur mit einer starken Schiene können wir unsere Klimaziele wirklich erreichen. Die starke Schiene macht die Mobilität von morgen möglich. Sie bringt die deutsche Wirtschaft nachhaltig voran. Sie verbindet Europa. Die starke Schiene ist eine große Aufgabe. Für sie müssen wir alle Kräfte bündeln. Für sie sitzen wir voll auf Ausbau. Wir investieren massiv in Infrastruktur, Personal und neue Züge. Wir vereinfachen die Organisation, werden robuster, schlagkräftiger, moderner. und überzeugen unsere Kunden mit unserer Leistung. Damit wir gemeinsam erreichen, was wir uns vornehmen. Deutschland braucht eine starke Schiene. Für sie müssen wir mit unserer Steuerung. Für sie viel mehr. Über die Kollegin wird jetzt auf der Karte. Der Karte.